Hallo Dani, oh gute Nacht, Lukas. Hand? Nö. Aber, aber cool, dass man jetzt als... Werden wir denn zugemacht? Ich guck hier grad ins Buch, ihr Pappnasen. Ist keine Hand, warum... Nee! Rio spielt mal wieder wie blöd. Also gut, nächste Runde Rio Opfern, bin ich voll dabei. Ja. Jetzt ist Hans. Tschüss Rio. Das war schön mit dir. Wo bist du? Machst du Rio? Machst du Veni? Machst du Harley? Machst du... Und? Bitte was? Die alte Marker. Ja, die alte Marker. Oho, Alter. Machst du... Machst du Harley? Ullllllllll. Ne, ich bin zu alt. Ne, ich bin zu alt. Es ist ein Reichu. Ne, es ist ein Deogen. Es ist ein Reichu. Ja, ja. Alter, ey. Ich wollte wirklich... Wie viel Kohle hast du bekommen gerade? Dafür... 234. Wir haben 11 Dollar bekommen. Sie hat... Ich habe... Ich habe 22 Dollar bekommen für das Foto. Und nur den Knochen findest du rausgehst. Und ein Foto vom Spielzeug hast du mehr Geld als auf normal. Das war ein Foto. Ein Knochenbeweis. Und die 22,5. Okay. Und Harley hat am Hauseinkang ganz, ganz kräftig geräuschert. Also richtig spontan so. Ich bin bis ins Kinderzimmer von Nancy gekommen, ja. Also bitte. Dann habe ich mutig im Elternschlafzimmer nach dem toten Doktor geguckt. Ja. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe weg. So, alle bereit. Ich gehe zu. Du machst du nie einfach die Tür vor mir zu, Alter! Okay. Ohhhh. Ohhhh, Alter. Ich... Ne, da kriegst du viel, Alter. Ne. Ne. Also jetzt, jetzt geht's mobfern los. Das, das, das verspreche ich dir. Ich freue mich, wie schnell der hat. Also ich komme rein, ist das erste Mal. Ich bin gar nicht drin. Ne, Rio. Das, das schreit nach Rache. Es tut mir leid, wenn ich jetzt Arschloch werde in der nächsten Röte. Aber das schreit nach Rache. Ich will jetzt nichts sagen, ne, aber... Schon wieder die Tür zu. Ich werde... Ich werde Rio mobfern. Sowas von. Ich bin auch tot. In der nächsten Runde wird mein Fokus nur auf Rio legen. Weißt du, ich würde ja gerne mit euch zusammenarbeiten, aber ich vertraue Rio einfach gar nicht mehr. Ich kann Rio nicht mehr übertrauen. So, wo geht man dann hin? Ich finde, wir sollten irgendwie nochmal plus 10% für Störfaktor Rio kriegen. Momentan steht's 3 zu 0 für den Geist. Ich dachte im Prinzip, wenn jemand jemals gesagt hat, Phasmophobel wäre zu leicht geworden. Jetzt hat er die Möglichkeit, das zu bereisen. Wie geil, ey. Wie geil, ey. Wie geil, ey. Ey, aber ohne Mist. Ja, der Akku war wieder der. Ohne Mist, das ist das perfekte Beispiel. Wie laufen deine Runden? Geist, Leiche, 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 Leiche. Das ist aber geil, was dazusteht, ne? Es hat mein, es hat mein Kollegen getötet. Wir sollten gehen. Es hat noch mehr getötet. Wir müssen hier weg. Ach, stimmt. Nur noch, ich bin übrig. Es tut mir leid. Da vorne, zweiter Tritt, schnell. Links, 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 der. Hier links, der, links von dir. Boah, ich, wo ist dein links, Alter? Ich hab hier eine, eine Versteckerin, die nicht mehr Versteckerin ist. Keine, die hat sich verlaufen. Ich hab mich verlaufen. Du bist im Innenhof, nicht draußen. Scheiße, ich hab keine Ahnung, wie ich rauskomme. Komm mal mit. Geh nicht so weit, ich hab kein Licht. Ja. Du gehst jetzt hier den Gang runter, bis zur Wand und dann rechts und dann holt ich Rio am Eingang ab. Also hier entlang, ja? Einfach geradeaus. Immer weiter. Okay. Einfach geradeaus weiter. Eigentlich müsste der Rio, könnte ich hier über die Karte leiten. Zurück. Ja, links, links runter. Na, nicht im Kreis drehen. Ja, da, 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 da. Da, 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 da. Da krieg ich nicht. Moment. Sehr schön. Jetzt rechts. Geradeaus. Nicht so weit rechts. Wir lassen die Wand. Nicht so weit rechts. Hier links. Erste Wand. Ein bisschen nach links, da durch die Tür. Okay. Dann rechts. Da ist keine Tür. Das ist Licht. Schalter. Moment. Da ist keine Tür. Ja. Geradeaus weiter. So? Ja. Jetzt gleich rechts. Links, 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 links. Nein, rechts. Nach links. Sag bei mir nach. Nein, du hast ja nicht wo rechts und links. Nach links. Da, 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 da. Da ist eine Wand. Ja. Genau da durch. Ah, ich sehe Licht. Geh nicht in das Licht. Nein, nicht rein geh und du stirbst. Schatze. Oh, ich habe ein Feuerzeug gehabt. Pfff. Warte mal. Herzlichen Glückstrumpf. Äh, Glückstrumpf. Herzlichen Glück? Herzlichen Glück? Nein, Glückstrumpf. Nein, Glückstrumpf. 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 Das heißt Glückstrumpf. Ja. Aber... Glückstrumpf. Nein, Glückstrumpf haben wir nicht. Da ist ja mal Geld drin. Es gibt nur Glückssocken. Okay, tada. Glücksunterwäsche. Zumindest bei den Asiaten. Also, nee, Chinesen, glaube ich, waren es Rotes. Rote Glücksunterwäsche. Rio, willst du uns was erzählen? Auf der Waldfläche? Das ist wichtig. Der Elch muss heutzutage gut informiert sein. In seiner Umgebung, so alles passiert. Jetzt ist ein Strauße. Ja, natürlich. Hallo? Wusstest du nicht? Du weißt, wie Tinder für Elche heißt, ne? Wie, was? Tinder für Elche. Timber. Ja, lol. Bist du ein Elch? Alles gut, Kleiner. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Ich dachte, Brumpfbuck. Fertig. Danke, ja, dazu hättest du dir es sparen können, du blödes Vieh. Wo ist denn Lydia? Ich weiß es nicht, aber darf ich jetzt endlich aus dem blöden Geisterraum rausgehen? Die schmeißt dich gleich weg vor Lachen. Ich finde, ich habe eine Durchangehörtung gehabt. Lass mich einfach raus. Das ist die ganze Zeit beim Geisterraum. Der ist doch cool. Der hat mich angehaucht, angehülpst, angekotzt, angesummt, angesungen, angehockt. War das jemand von euch? Und dann bin ich da fast alles in die Hände gelaufen. Die ist so verdächtig ruhig. Ich glaube, die hat was mitbekommen. Die hat sich wieder verlaufen. Das mit den Hoden abbinnen hatten wir gestern. Eine durchschnittliche Schönwetterwolke hatten wir auch schon. Warst du aus gestern dem Rio Hoden abgebunden? Nein, es gab gestern bei... Dem Dodo-Drachen haben wir gestern... Ach Gott, deswegen ist dem armen Kerl... Ich packe mein Fass nur und nehme mit. Schön würden die aussehen wie ein Hodensack. Heißt er im Lochformat? Ich wollte das. Ich bin dann im richtigen Loch. Die falsche Löcher. Atmen, Lilia. Atmen. Sie heult nur gerade vor Schwurlachen. Gesundheit. Durch die Nase ein, durch den Mund aus. Und nicht pressen. Ich habe keine Wehen. Ich weiß Bescheid. Oh Gott. Nichts hängen lassen oder klatschen. Du klatsch. Du klatsch, Riholi. Wer denkt dran? Wenn er alt ist, wird er chronische Schleppholen und so. Ui, ui, Vogel. Weiß nicht Bescheid, ja? Eier aus Boden. Genau. So in etwa. Bodenhaltige Schleifhaltung. Keine Ahnung, wo ich den irgendwann mal aufgeschnappt hatte. Da hieß es doch, wann merkt ein Mann, wenn er alt wird? Ah, der Schlepphoden. Wenn der Sack in der Fahrradspeicher hängt. Ach so, ich dachte, wer der Schlepphoden hat. Nee. Eier. Eier. Untertitelung des ZDF, 2020